A 1.3 ermitteln Sie mithilfe des Graphen, nach welcher Zeit sich das Anfangskapital verfünffacht hätte. Dafür brauchen wir jetzt oben die Zeichnung wieder. Schauen wir mal nach dem Anfangskapital, das waren hier oben, hier ist eigentlich schon markiert, die 2.000 Euro. Verfünffacht für 2.000 Euro mal 5 sind 10.000 Euro, also müssen wir dem Graphen entnehmen, wann die 10.000 Euro erreicht sind. Dafür nehmen wir jetzt einfach das Lineal und schauen nach, bei 10.000 Euro können wir noch mit Farbe etwas genauer darstellen. Und jetzt gilt halt wieder so genau wie möglich, da wo dieser Graph die 10.000 Euro erreicht, da ist die gesuchte, ja, Laufzeit, die gesuchte vergangene Zeit. Jetzt schauen wir nach, bei mir sind es jetzt ca. 24 Jahre. Also würde jetzt meine Antwort lauten, nach ca. 24 Jahren. Das kann jetzt ein bisschen abweichen, je nachdem wie genau man gezeichnet hat. Kann es vielleicht ein bisschen daneben liegen, also wenn es genau auf der 25 liegt, dann eher 25 angeben. Einfach so, dass es zur eigenen Zeichnung passt.